Zumindest die Six. Willkommen bei Killing Floor 2. King Flashborn. So, Endgame immer vorgespielt. Yeah! Tag geht ab. Da kommt ihn noch jetzt. King Flashborn halt. Neues Endgame. Gibt es sonst ja nur eine 2. Doch gar nichts Folter. Der Patriarch halt. So, das ist jetzt der Neues halt. Der Dritte. Wobei ich finde... Da ist zwar in der Version quasi von den malen Flashbauns, die so stark sind, da sind noch die stärksten Gegner sonst. Können nur draufhauen halt. Davon haben sie den Enkiner halt rausgemacht. So, das haben da so... Kreissägen, Klingen die rotieren. So ein Trinko oder was. Oder Schusschild hat Luft halt. Manchmal. Keine Ahnung, was er bringen soll. Der hat da bei mir... Ich finde das eigentlich so gesehen, dass er vielleicht ist. Weil... Es wird das Video keine 2 Minuten geben. So, ich brauche ungefähr eine Minute, 10 Sekunden für den kaputt zu machen. Alleine halt. Hab das auch mal gespielt halt. So, was er schon fragt. Aber nur weil die Waffe halt auch so weit weg ist. Ähm, schlägt die gut ein. Ja, sonst kann er nur... Sonst kommt der Enkiner halt nur zugelaufen. Poggt einen die ganze Zeit. Ja, keine Ahnung. So. So. Denn der hätte es dann einen besseren Enkiner nicht ausfüllen sollen. Na, well. Einen machen sollen. So, da fliegt der Rollbraten, Rollbraten, Spießbraten. Da fliegt ihn weg. Und das war ein... Home Run, oldack. Cool. Home Run. So. Ja, das war King Flashbound. Ja. Also, wenn man online mit Leuten zusammenspielt, äh... Ich schätze mal, wäre das der einfachste von den Gegnern. Ich weiß nicht. Ja. So. Na ja. So, diesmal sieht man meine Messerkills. Und wie viele ich gekillt habe mit Pistolen. Ah ja, cool. 13.000. Ja, cool. So. Überall alles sonst auf Stufe 22. Äh, außer der. So. Überall 22. Ja, ja. So, egal. Vielleicht nicht rumgeprollt. So. Ja, war King Flashpoint. Soll man eine Spinne oder irgendetwas anderes erzählen, I think? Okay. So. 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 So.